Liebe Leute, es bleibt nicht aus, bevor wir zum Thema Weihnachten kommen, denn da habe ich ja, habe ich euch ja auch schon gesagt, ein paar Videos geplant, müssen wir auch nochmal über die Flops dieses Jahres reden. Ich habe ja über die Tops schon geredet, über meine Lieblingsfiguren, aber auch die negativen Sachen müssen natürlich angesprochen werden. Und das versuche ich in diesem Video mal zu machen. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich möchte niemandem irgendwie ein Set schlechtreden, wenn er das hat, wenn er sich darüber freut, auch wenn er das zur OVP gekauft hat. Das ist völlig in Ordnung, ihr seid alles nette Menschen, ihr seid nicht blöd oder sonst irgendwas. Das muss vorher weggesagt werden. Aber für mich persönlich gibt es natürlich Sachen, die gucke ich mir an und da frage ich mich, okay, was ist da schiefgelaufen? Wie konnte das passieren? Es sind auch viele Sachen, die ich persönlich halt störend finde. Das werdet ihr an der einen oder anderen Stelle dann merken. Manche Sets auf dieser Liste, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden auf sehr, sehr vielen Flop-Listen vorhanden sein. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil da ist die Meinung, glaube ich, bei allen gleich, da sind die Sets einfach zu schwach oder der Preis ist viel zu hoch angesetzt, dass man sagen kann, dass es ein gutes Set ist. Aber wie gesagt, es ist nur meine Meinung. Ich möchte niemandem irgendwas schlechtreden. Es ist halt so, dass die subjektive Wahrnehmung von gewissen Leuten immer anders ist als von anderen Leuten. Und ich stelle euch jetzt ja nur meine persönliche Flop-Liste vor. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Flops in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr mit einem Set überhaupt nicht übereinstimmt, wenn ihr sagt, okay, das Set darf hier gar nicht auf der Liste sein oder ein anderes Set muss hier auf der Liste sein, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber ich kenne euch ja mittlerweile lang genug. Ihr kennt mich auch. Wir können ja gut miteinander kommunizieren, ohne dass es unschön wird. So, genug geschwafelt. Ich denke, wir können loslegen mit dem Ranking. Wir haben dieses Jahr Sets zu Jurassic Park bekommen. Und Jurassic Park ist für mich einer der besten Filme, die es jemals gegeben hat. Zumindest einer der besten Dinosaurer-Filme. Aber generell ist es auch ein sehr spannender Film. Wir haben ein paar ikonische Sets bekommen. Wir haben aber auch ein 4-Plus-Set bekommen. Und zwar die 76957. Velociraptor Escape. Dieses Set kostet 40 Euro. Also, ja, nicht ganz 40 Euro, aber ich habe es jetzt einfach mal aufgerundet. Die 2 Euro machen jetzt auch keinen Unterschied. Und im Prinzip bekommt man hier nicht viel, außer Ellie Settler und Robert Muldoon. Robert Muldoon ist ja der im ersten Teil, der schon von vornherein sagt, die Velociraptoren sind bösartig und das sind Menschenjäger und die gehen auf die Jagd etc. Das heißt, das ist wirklich eine coole Figur. Und das ist auch der Grund, warum das Set nur, in Anführungszeichen, auf Platz 15 ist. Weil wir diese Figur halt noch nie bekommen haben. Andererseits muss man halt leider sagen, das ist auch so das Einzige, was in diesem Set interessant ist. Ellie Settler bekommt man auch in anderen Sets noch. Aber mit sehr guten Rabatten, teilweise 40-45% Rabatt, ist das dann vielleicht zu verschmerzen, wenn man noch keinen Raptor hat, wenn man vielleicht die anderen Teile irgendwie gebrauchen kann. Deswegen nur Platz 15, aber dennoch sehr verdient auf der Liste, wie ich finde. Und kein Ranking 2023 ohne 100 Jahre Disney. Wir haben auf Platz 14 dieses Peter Pan und Wendy Set quasi mit dem Elizabeth Tower, wo der Big Ben ja drin ist, also die Glocke. Und ich habe damals die Bilder gesehen und gedacht, hey, das sieht echt cool aus. Optisch gefällt mir das sehr gut. Das soll ja bei Nacht sein, damit das auch erklärt, warum das alles blau ist. Diese Uhren, die sollen leuchten irgendwie. Habe ich so gedacht, hey, das ist ja ganz cool. Okay, es ist Disney, es wird wahrscheinlich trotzdem so um die 40-45 Euro kosten. Der Kostenpunkt bei dem Set sind halt 65 Euro. Und das finde ich halt absolut nicht gerechtfertigt. Das muss man einfach so sagen. Ja, es ist diese Disney 100 Jahre Fliese mit dabei. Es sind ein paar coole Figuren dabei. Peter Pan, Wendy und auch Tinkerbell. Nichtsdestotrotz ist der Preis hier für mich deutlich zu hoch angesetzt. Ich finde, gerade wenn man so überlegt, dass das hätte so ein 35, 40 Euro Set sein können, was man sich schön irgendwo hinstellt. Wenn man auch Fan von diesen Filmen ist, wäre das eine super Sache gewesen. Aber hier verstehe ich halt den Preis nicht, wo der herkommt. Und das Problem ist, das ist halt ein Set, was es exklusiv bei Lego gibt. Das heißt, mit Rabatten ist da auch nicht so wirklich viel. Deswegen musste dieses Set hier leider auch auf diese Liste. Auch nicht so weit oben auf der Liste, weil ich wie gesagt finde, dass es trotzdem ein sehr, sehr schönes Set ist. Aber hier passt halt überhaupt nicht der Preis für mich. Auf Platz 13 kommt der Gaming Truck angefahren. Und ich muss einfach sagen, die Idee gefällt mir überhaupt nicht. Dass wir hier weggehen von Klemmbausteinen. Und ja, es ist alles Klemmbausteine, ihr braucht keine App oder sowas. Aber dass wir damit bewerben, wie cool es ja eigentlich ist, wenn man Videospiele spielt und Klemmbausteine, gehören so der Vergangenheit an. Ich weiß, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Vielleicht passt das für mich persönlich auch einfach nicht zu Lego. Aber an sich gefällt mir dieses Set halt wirklich nicht. Und die 45 Euro, die dafür aufgerufen werden, sind natürlich der Punkt, der das dann halt wirklich zu einem nicht guten Set für mich persönlich macht. Es sind ein paar nette Figuren dabei, auch mit ein paar schönen Prints. Aber das täuscht da nicht drüber hinweg, dass dieses Set für mich auch... Ja, es fehlt für mich die Bedeutung in der Lego-Welt für dieses Set. Also, wie gesagt, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Vielleicht denkt ihr auch, ey, das ist eine coole Idee. Und Gaming macht ja Spaß. Und warum soll man das dann nicht in der Lego-Version auch haben? Für mich ist das irgendwie widersprüchlich. Also, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen. Aber deswegen auch für mich eine Enttäuschung dieses Jahr. Weil das den Lego-Gedanken für mich halt einfach nicht wirklich anfängt. Viele von euch erinnern sich vielleicht auch noch an Bionicle. Und zum Beispiel Tahu ist ja einer der Hauptcharaktere. 2023 gab es da ein Remake. Und zwar haben wir ein GWP bekommen, in dem Tahu quasi abgebildet ist in einer ikonischen Haltung. Und da muss ich halt sagen, das ist für Bionicle-Fans natürlich eine riesen Enttäuschung. Weil Bionicle lebt von diesen Formteilen. Bionicle lebt von diesen Masken, von diesen ganzen Technik-Teilen. Und das passt einfach nicht. Also, ich bin kein großer Bionicle-Fan. Ich kann aber jeden Bionicle-Fan verstehen, der sagt, das ist eine riesengroße Enttäuschung. Und das killt halt Bionicle komplett. Also, wenn dieses Set irgendwie erfolgreich gewesen wäre, was es meiner Meinung nach persönlich jetzt nicht unbedingt ist, dann wäre vielleicht die Chance da gewesen, dass da irgendwie in Zukunft nochmal was kommt. Aber bei Bionicle fehlen die Formteile. Du musst als Lego, wenn du Bionicle machst, mindestens die Maske als neues Formteil irgendwie benutzen und halt Technikelemente verwenden. Sonst geht auch da die Idee dieses ganzen Themas, und das war ein sehr ikonisches Thema damals, komplett verloren. Deswegen auch verdient auf dieser Liste, auch wenn es ein GWP ist. Man hat es umsonst zu irgendeinem Einkauf dazubekommen. Trotzdem eine Enttäuschung. Und ich kann schon mal so viel sagen, es wird nicht das letzte GWP auf dieser Liste sein. Bevor wir zu den Top 10 kommen, müssen wir noch über Platz 11 reden. Und das ist der Ninjago-Tempel. Und da muss ich sagen, da habe ich die ersten Bilder auch gesehen, dachte so, hey, das ist ja echt ganz cool. Mal ein Gebäude, vielleicht so ein Tempel, so ähnlich wie dann Ninja Castle. Und dann sieht man die Rückseite und denkt sich, hey, die haben ja dreiviertel des Sets irgendwie vergessen. Wir wissen mittlerweile, Lego baut nicht mehr alles zu. Ganz klare Sache. Man hätte da vielleicht jetzt sagen können, okay, man kauft sich viermal das Set. Dann hat man aber das Problem, man hat die ganzen Ninja nochmal doppelt, die ja alle Namen haben. Was soll man dann damit? Und man kann ja nicht erwarten, dass man dann 400 Euro ausgibt, um ein komplettes Set dann zu haben. Das hat mich tatsächlich sehr negativ überrascht. Dass da einfach wirklich keine Spieltiefe und nichts ist. Es sind ein paar schöne Prints dabei. Ich finde die Figuren an sich auch nicht schlecht. Aber dass du dieses Set halt anguckst und nur aus einem richtigen Winkel sehen kannst, ah, okay, so sieht es ganz gut aus. So sieht es auch aus, als ob da irgendwie hinten noch was passiert. Das ist halt ein bisschen schade. Und ich glaube, das dürfte auch viele Ninjago-Fans ein bisschen enttäuscht haben. Für Kinder zum Spielen vielleicht nicht schlecht. Wobei wir, wie gesagt, sagen müssen, Spieltief ist dann nicht wirklich vorhanden. Die Optik von dem Gebäude an sich. Deswegen ist es auch nicht in den Top Ten. Gefällt mir. Aber da ist auch irgendwas schiefgelaufen. Und apropos Spielgelaufen und Spieltiefe. Da ist diese Hauptstraße von Creator 3 in 1 leider auch von betroffen. Da hat man auch vielleicht so gedacht, ah ja, so ein bisschen modular auf Sparkurs oder sowas. Da guckt man sich aber auch die Rückseite an. Es ist wirklich nicht viel Spieltiefe da. Es ist nicht viel los. Und das Schlimme halt an der Sache ist, ich habe ja schon öfters mal über diese Creator-Häuser geredet. Ich habe da auch Videos zugemacht, was es da damals alles gab. Und du hast halt damals für den Bruchteil dieser Preise, denn dieses Set kostet ja auch 150 Euro irgendwie, so in dem Dreh, hast du halt geschlossene Häuser bekommen, die dann 30, 40, 50 Euro gekostet haben. Und da fragt man sich, okay, was ist da jetzt passiert? Ist da so viel irgendwie an exklusiven Figuren drin oder neue Teile oder sonst irgendwas? Nee, es wirkt halt auch nicht komplett ausdesigned. Es wirkt nicht komplett fertig. Es sieht so aus, als ob irgendwie bei der Hälfte aufgehört wurde, Steine zu verwenden, aber der Preis wurde trotzdem weiter angehoben. Und das ist halt bei solchen Sets echt schade, weil gerade Creator 3 in 1 ist ja trotzdem immer noch, wie ich finde, eine sehr gute Serie. Bietet immer mal wieder auch von klassischen Themen irgendwie neue Sachen. Aber mit dem Set haben sie sich auf jeden Fall auch nicht so wirklich einen Gefallen getan. Auf Platz 9 bekommen wir ein Fußballfeld, kredenzt, beziehungsweise ist es ein halbes Fußballfeld. Es ist ein bisschen die Art von einem Stadion mit dabei. Es sind viele Fußballerinnen mit dabei, was an sich, finde ich, jetzt nicht so schlimm ist. Also Frauenfußball wird ja immer beliebter, wird ja immer attraktiver. Ist natürlich nicht oder noch lange nicht auf dem Stand der Männer, auch was Bezahlung angeht, was vielleicht Attraktivität angeht. Muss man einfach so sagen. Aber ich finde es trotzdem eine Enttäuschung, denn das ist ein 100-Euro-Set. Wir bekommen nicht mal ein ganzes Spielfeld. Wir haben natürlich verschiedene Charaktere, verschiedene Fußballerinnen, die in dem Set enthalten sind. Das heißt, es ist natürlich eine Art und Weise eines Lizenzsets, ganz klar. Wir haben auch Fußballfans mit dabei. Ich möchte aber euch daran erinnern, dass wir 2000 bis 2003 auch schon mal ein Fußballthema bei Lego hatten. Und da konnte man sich ein riesengroßes Fußballfeld kaufen, Einzelteile kaufen, verschiedene Mannschaften zusammenstellen, mit irgendwelchen Überwachungswagen, mit sogar einem Hooligan-Trupp, der festgenommen wurde. Und das ist kein Vergleich mit dem Set, was wir dann bekommen haben. Das ist einfach so. Wenn ihr Interesse daran habt, ich bin ja auch selber Fußballfan, vielleicht mache ich über diese Sachen, über diese ganzen Sportsachen oder von mir aus auch nur Fußballsachen auf jeden Fall auch nochmal ein Video, weil ich das schon wirklich cool fand, was es damals gegeben hat. Aber wie gesagt, das ist halt immer das Problem, wenn man das vergleicht mit dem, was es damals gab, wirkt es teilweise, als wenn das so zwei, drei Schritte zurück sind. Es ist viel teurer geworden, aber man hat nicht halb so viel oder ein Viertel so viel Spaß mit den Sets, wie man das eigentlich haben könnte. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Dass Batman und DC mittlerweile wirklich sehr traurig sind, muss ich euch nicht mehr erzählen. Dass das aber immer wieder schlimmer werden kann, das zeigt dieses 4-Plus-Set. Wir haben 54 Teile, wir haben Batman und den Joker, so standardmäßig, das gibt es ja öfters diese Sets, auch 4-Plus-mäßig, das ist dann vielleicht mal irgendwie ein 12-Euro-Set, ein 15-Euro-Set, vielleicht, was schon hart ist, dann mal irgendwie 16, 17, 20 Euro. Dieses Set hier hat im Prinzip nichts enthalten und kostet 27 Euro. Als ich den Preis gesehen habe, dachte ich, okay, die haben sich vielleicht vertan, das kann ja eigentlich nicht sein, weil da ist ja nichts drin, also da ist ja kein Gegenwert im Prinzip für drin. Aber es kostet tatsächlich 26 Euro. Man kann diesem Set nur zugutehalten, wenn man noch keinen 120.000. Batman hat, hat man immerhin noch einen Joker drin, den man theoretisch, wenn man Batman-Fan ist, natürlich auch schon hat, aber es kommen ja auch immer wieder Fans nach. Aber es ist halt schon traurig, wir haben drei, vier Sets von Batman beziehungsweise DC überhaupt im Programm und ein Set davon ist komplett überteuert mit dieser Betthöhle mit 400 Euro und das 4-Plus-Set, das ist halt wirklich, wirklich nicht gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Die beiden kleineren Sets, die beiden mittleren Sets, also das Batmobil und den Batwing, die finde ich beide eigentlich ganz gut. Auch die müssen rabattiert werden, aber das ist nicht so eine Katastrophe wie das Set hier. Und im Prinzip das gleiche, was wir eben bei DC hatten, haben wir auch bei Marvel. Wir haben mal wieder ein Iron Man Hulkbuster und ein Thanos. Wir haben eine Thanos und Iron Man Minifigur. Ich weiß, Iron Man hat mittlerweile auch schon mindestens jeder fünfmal und für mich muss Thanos eine Big Fig sein. Das bringt nichts wirklich, den als Minifigur irgendwie darzustellen, denn der hat nun mal eine gewisse Größe, die irgendwie auch vorhanden sein muss. Der könnte gegen den Hulkbuster so kämpfen. Also das macht eigentlich für mich keinen Sinn. Da ich den Joker dann doch noch ein bisschen cooler finde als die Thanos-Figur, habe ich mich so entschieden, aber man könnte die Plätze auch tauschen. Man könnte auch beide auf einen Platz legen, aber ich habe gedacht, die beiden Sets, die müssen einzeln erwähnt werden, weil ich die halt wirklich nicht gelungen finde und halt viel zu teuer. Und Star Wars Fans, ihr müsst jetzt auch ganz stark sein, denn wir kommen zur Yavin for Rebel Base und da ist es halt das Problem, man guckt sich dieses Set an und glaubt einfach nicht, dass es 170 Euro kosten soll. Da ist nicht viel hinten dran, da ist nicht viel dabei. Das ist natürlich alles komplett runtergedummt, in Anführungszeichen. Es könnte ein 4-Plus-Set sein, von der Preis-Leistung her auf jeden Fall. Und das Einzige, was dieses Set vielleicht so ein bisschen rettet, sind die Minifiguren, die dabei sind. Es sind sehr viele Minifiguren dabei, bestimmt auch viele exklusive Figuren, die Fans, die alle Figuren sammeln, halt brauchen, um die Sammlung vollständig zu haben. Aber dafür 170 Euro ist halt die Frage, ob man das wirklich machen muss. Da ist es wahrscheinlich logischer und besser, wenn man die Figuren einzeln vielleicht auf Bricklink oder so bestellt, wenn das wieder jetzt, mittlerweile müsste es ja wieder einigermaßen sicher sein. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, für diese paar exklusiven Figuren, die da drin sind, wirklich 170 Euro rauszugeben. Natürlich, das Set wird es auch rabattiert geben, aber ich denke mal, da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis noch weniger. Und es wird bei den nächsten Plätzen auch nicht viel besser, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Und liebe Star Wars Fans, ihr müsst noch ein bisschen mehr laden, denn wir haben das Jedi-Tempel-Set. Und wir haben da drei vielleicht interessante Figuren für 43 Euro UVP. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass diese 4 Plus draufsteht und man weiß, okay, das ist ein mega teures Set. Es steht in dem Verhältnis überhaupt nicht irgendwie zu dem, was man bekommt. Es ist ein 4 Plus-Set, es sind viele Formteile, es sind viele Prints dabei. Dementsprechend muss das sehr teuer sein. Und das hat man bei diesem Set auch das Gefühl. Das ist für mich, auch in der 4 Plus-Feld, maximal ein 30 Euro-Set. Also irgendwas ist auch da wieder komplett schief gelaufen. Ich weiß nicht, wie cool diese Star Wars-Charaktere tatsächlich sind, ob die das irgendwie wert sind, dass man sich das gegenrechnet. Aber auch da muss man halt ganz klar sagen, Preis komplett daneben, irgendwas schief gelaufen. Leider halt kein wirklich gutes Set. Welches Thema wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist City-Stunts. Diese Loopings, die da drin sind, das ist immer ein Qualitätsmerkmal, dass ein City-Stunt-Set relativ teuer ist und irgendwie das nicht so wirklich gerechtfertigt ist. Das ist ein 100-Euro-Set. Der Looping, wissen wir ja, aus den einzelnen Sets kostet irgendwie, keine Ahnung, 40 bis 50 Euro und der Rest sind dann nochmal 50 Euro. Es sind auch hier wieder ein paar wirklich nette, coole Figuren dabei. Da kann man echt nichts sagen. Teilweise auch coole Prints. Bei manchen Stunts-Figuren ist auch immer so eine Anspielung auf Extreme Team oder sowas mit drauf. Das finde ich natürlich persönlich auch immer ganz nett. Aber, ja, diese Motorräder machen vielleicht Spaß, damit zu spielen. Aber wenn man dann wirklich solche hohen Preise ausgeben muss, dann macht es halt auch irgendwie keinen Spaß. Und ihr merkt schon, je näher wir der 1 entgegen gehen, desto mehr geht es auch hauptsächlich um die Preise, weil die dann irgendwann nicht mehr wirklich vernünftig sind. Wir kommen zu Captain Marvel und der Hupti, The Hupti, The Whopti, irgendwie so, keine Ahnung. Ihr wisst es, dieses Raumschiff, was irgendwie 100 Euro kostet, obwohl irgendwie um die 400 Teile drin sind, das sind drei Figuren mit dabei. Ja, es sieht eigentlich so von der Optik her gar nicht so schlecht aus, finde ich. Also, es ist jetzt keine Schönheit, aber es ist okay. Auch da hätte man vielleicht sagen können, okay, es sind 40, maximal 50 Euro Set. Aber auch da ist der Preis einfach nicht wirklich zu verstehen. Die Figuren, Miss Marvel ist eigentlich ganz okay, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht wirklich ein Captain Marvel Fan und finde jetzt diese Storyline auch nicht wirklich interessant. Das macht es für das Set natürlich nicht unbedingt besser, weil ich mich mit diesem Raumschiff auch nicht wirklich identifizieren kann. Aber dass der Preis auf jeden Fall nicht stimmt, ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Da ist irgendwas auch wieder ganz gewaltig schief gelaufen. Wir kommen zur Silbermedaille und das ist das Endgame, Final Battle, Avengers Endgame. Irgendwie so. Ihr wisst es, es ist ein Diorama, es kostet über 100 Euro. Es sind die Figuren dabei, die man vielleicht noch nicht hat, die man wirklich dann vielleicht nochmal irgendwie einzeln kaufen sollte, weil ich verstehe nicht, was dieses Set soll. Also wir haben ja schon mal so ein Endgame Battle gehabt, da war aber noch ein ganzes Hauptquartier dabei. Es hat weniger Geld gekostet, es waren aber auch meiner Meinung nach coolere Figuren mit dabei. Und jetzt haben wir dieses, ja, wir haben einen neuen Thanos, also mit einem neuen Kopf. Aber, ja, ich verstehe auch da wieder nicht, wo die 100 Euro herkommen. Man kann vielleicht die Teile einzeln irgendwie verwenden, aber das ist schon hart an der Grenze. Das sollte man auf jeden Fall auslassen und nie wieder angucken, das Set. Also, wie gesagt, die Filme von Marvel, das haben wir auch schon drüber öfters geredet, die sind mittlerweile auch nicht mehr so gut und gefühlt geht das 1 zu 1 über auf die Lego-Sets. Wir haben ein paar nette Sachen dabei gehabt, so wie dieses Freiheitsstatus-Set mit den drei Spider-Man, das fand ich eigentlich ganz nett. aber teilweise ist da auch wirklich viel Zeugs dabei, wo man sich fragt, okay, wer kauft denn das? Also, das, ich weiß es auch nicht. Also, wenn es irgendwer von euch hat, wenn es irgendwer von euch cool findet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht sehe ich da auch irgendwas nicht anhand der Bilder, was dabei ist, was wirklich cool ist. Aber ich kann es tatsächlich wirklich nicht nachvollziehen und dann vor allen Dingen irgendwie teurer als das andere Hauptquartier, was man mal gehabt hat. Ihr fragt euch sicher, was Platz 1 ist. Ich habe wirklich sehr lange überlegt und überlegt, ob was wirklich Sinn macht, aber ich muss es leider machen. Das Magistos Magical Workshop ist für mich leider der Flop und die Enttäuschung des Jahres. Ich habe mich sehr darauf gefreut, als ich gehört habe, hey, wir bekommen von einem der ikonischsten Magisto-Sets ein Remake, ein Update. Wird bestimmt cool. Sie haben es so oft schon gezeigt, wie wir haben es beim Forest Man Hideout gezeigt, bei dem Black Trunk Cruiser. Es sind wirklich immer coole Sets und dann haben wir halt leider eine wirkliche Enttäuschung bekommen. Erstmal ist der Magisto halt wirklich nicht gut gemacht. Es ist kein Print da drauf, es ist einfach nur ein blauer Körper mit so einem blauen Unterteil. Das hat das Set in den 80er Jahren besser gemacht. Selbst in den kleinen Sets war Magisto bedruckt. Das Original-Set ist in jeder Hinsicht besser als das Original. Wir haben bei dem GWP Aufkleber drauf für die Fensterlehnen, für diese unglaublich bekannte Fliese. Und die Leute wissen, ist normalerweise, ich liebe die Drachenritter. Ich habe euch die Fire Breathing Fortress auch schon mal vorgestellt in einem Review. Ich finde Magisto und die Drachenritter sind mit die coolste Ritterfraktion neben den Forest Man, die es überhaupt gibt. Und deswegen bin ich persönlich halt sehr enttäuscht davon. Natürlich kommt auch noch dazu, dass man 250 Euro theoretisch bei Lego ausgeben muss, um dieses Set zu bekommen, was sowieso immer so einen fahrend Beigeschmack hat. Beim Forest Hideout waren es damals 150 Euro. Und das ist für mich das wesentlich bessere Set, muss ich tatsächlich sagen. Wenn ihr überlegt, ja, ich kaufe es mir vielleicht, guckt auf Ebay, Ebay-Klananzeigen, ihr kriegt das originale Set ungefähr für den gleichen Preis. Und wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, dass der Drachenritter wesentlich cooler ist im alten Set, dass der Magisto wesentlich cooler ist und dass generell man gefühlt mehr davon hat, wenn man sich das alte Set kauft. Das ist für mich eine persönliche Enttäuschung gewesen. Ich habe halt schon überlegt, okay, was kann ich mir dafür kaufen, wenn dieses GWP dann tatsächlich rauskommt oder kaufe ich es mir auf Ebay? Aber es ist mittlerweile so, dass es mich tatsächlich wirklich interessiert und dass ich es mir auch nicht holen werde. Und das ist halt wirklich schade, gerade bei so einer ikonischen Minifigur, bei einem so ikonischen Thema, bei einer meiner Lieblingsritter-Fraktionen. Deswegen leider die verdiente Nummer 1 hier. Wie gesagt, da fließt natürlich viel Enttäuschung von mir persönlich mit rein, wenn man das so sagen kann. Also mein Leben ist jetzt nicht vorbei, nur weil die das Set halt so nicht wirklich gut hingekriegt haben. Aber es ist halt so. Und ich denke mal, das kann man einigermaßen nachvollziehen, gerade wenn man so ein Classic-Fan ist. Gerade, ihr wisst es ja, wie das so bei mir auch teilweise ist. Ich bin sehr gespannt, wie eure Liste aussehen würde, was vielleicht eure Enttäuschungen in diesem Jahr waren. Und vielleicht auch mal so einen Blick in die Zukunft werfen, was wird vielleicht nächstes Jahr besser. Werden wir weitere GWPs bekommen, auch sowas wie Magistus Magical Workshop, wo man sagen kann, okay, ist jetzt nicht unbedingt das Coolste. Vielleicht finden viele von euch das auch wirklich cool. Aber ich kann sagen, ich bin davon enttäuscht. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir werden im Dezember auf jeden Fall uns mal ein paar Weihnachtssachen angucken, um mal ein bisschen in Stimmung zu kommen, weil ich mag die Weihnachtszeit ähnlich wie die Halloween-Zeit sehr gerne. Da kommt auf jeden Fall also auch viel. Wenn ihr das natürlich noch nicht getan habt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren, damit ihr die Meldung dafür immer mitbekommt. und damit die Videos vielleicht auch ein bisschen Klicks bekommen. Das hilft auch immer ganz gut. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns bald wieder. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.